Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich spiele zwar privat Fortnite, doch lad keine Videostoffen auf meinem Kanal hoch. Heute wurde ich mehrmals aus der Runde geworfen oder eher gekickt und es war nicht mitten in der Runde, sondern immer an derselben Stelle, als ich heute aus dem Bus sprang. Ja, immer wenn ich aus dem Bus sprang, wurde ich aus dem Spiel gekickt oder eher gebannt. Erst dachte ich natürlich, dass ich gebannt worden war, weil es genau dieselbe Message war, wie als wenn man gebannt wird, doch es kam glücklicherweise nicht dazu, sondern ich wurde nur gekickt. Gegen anscheinend der Internetverbindung oder irgendeiner Proxyverbindung, irgend sowas mit Proxy stand da. Ihr könnt aber jetzt auch mal abstimmen, ob ich auf meinem Kanal Fortnite Gameplay bringen soll oder nicht. Stimmt einfach mal jetzt um, ragt beim i ab. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein und schau. Leute, schreibt mal rein, ob ihr das Problem auch schon mal hattet in Fortnite. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.